Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Marvin Pieringer ist ja in der vergangenen Saison zu uns gewechselt und diente so ein bisschen auch als Backup in der zweiten Liga und wurde ja auch dann fest verpflichtet. Der Plan war ja da relativ klar, ihn auch mit in die Bundesliga zu nehmen und davon ist er auch noch Anfang Juli selber ausgegangen. Aber da hat sich dann doch nochmal ein bisschen was geändert. Das hat Marvin Pieringer auch nur nochmal aus seiner Sicht bei der WAZ verraten. Ich hatte total Bock auf das Abenteuer Bundesliga. Kurz danach hatte ich aber sehr ehrliche Gespräche mit Trainer Frank Kramer und Sportdirektor Rufen Schröder, in denen sie mir klar gemacht haben, dass ich wohl nicht auf so viel Spielzeit kommen werde, wie ich mir das gewünscht hätte. Sie haben mir vorgeschlagen, dass ich mich noch ein Jahr in die zweite Liga ausleihen lasse, um dort auf meine Einsätze zu kommen. Und jetzt, um mal ein Zwischenfazit zu ziehen, kann man sicherlich sagen, dass das auch die vollkommen richtige Entscheidung war. Denn Marvin Pieringer hat bislang insgesamt acht Spiele für Paderborn gemacht, neun Tore erzielt und drei weitere vorbereitet, ist in der zweiten Liga gesetzt und spielt beim SCP eine wirklich richtig gute Rolle. Und auch fußballerisch entwickelt er sich gefühlt von Spiel zu Spiel einfach auch weiter. Und deswegen hat auch er damals schon positiv auf diesen Vorschlag reagiert. Erst einmal war ich sehr froh, dass die Schalker so offen und ehrlich zu mir waren. Dafür möchte ich mich bei Frank Kramer und Rufen Schröder bedanken. Ich bin wirklich nicht böse, dass sie gesagt haben, dass es für mich auf Schalke noch nicht ganz reicht. Nach meinem tollen Start in Paderborn bin ich froh, hier zu sein. Und was ja auch klar ist, Marvin Pieringer ist Stand jetzt im Sommer wieder Schalker und steht somit dann vor einer Rückkehr. Und das ist wohl auch Stand jetzt fest so geplant. Im Fußball kann natürlich immer viel passieren. Das haben wir ja zum Einstieg schon besprochen. Aber aktuell gehe ich davon aus, dass ich nächstes Jahr wieder auf Schalke spiele. Diesmal in der Bundesliga, sagt Marvin Pieringer. Und ich bin da auf jeden Fall mal sehr gespannt drauf. Klar ist, wenn Pieringer die Saison genauso weiterspielt wie bis hierhin. Und bislang in der zweiten Liga läuft es ja wirklich richtig gut viel. Wenn man das jetzt mal hochrechnen würde, würde er auf nahezu 30 Scorer-Punkte kommen mit 20 Tore, 10 Vorlagen. Wenn es eben genauso weiterlaufen würde wie bis hierhin. Und dann wäre es ja auch blöd, wenn du so einen jungen Stürmer nicht selber dir einplanen würdest. Ich denke mal, wenn wir im schlimmsten Falle wieder absteigen sollten, kann Marvin Pieringer sogar dann eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen. Sollten wir in der Liga bleiben, ist aber sicherlich auch eine sehr, sehr interessante Option für unsere Offensive. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.